Mit der Multifunktionstaste können Sie auch die Lautstärke regeln. Wenn Sie Medien hören oder ein Gespräch führen, wird die Lautstärke durch eine Bewegung nach oben lauter und durch eine Bewegung nach unten leiser. Wenn Sie sich weder in einem Gespräch befinden noch Medien hören, regeln dieselben Steuerungen auch die Lautstärke von Klingeltönen, Signaltönen und Sprachansagen. Um die Sprachansagen auszuschalten, halten Sie die ANC-Taste vier Sekunden lang gedrückt. Um sie wieder einzuschalten, halten Sie die Taste noch einmal vier Sekunden lang gedrückt. Um das Mikrofon stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben, drücken Sie entweder einmal auf die Taste Power oder drehen Sie den Mikrofonarm. Drehen Sie den Mikrofonarm nach oben, um das Mikrofon stumm zu schalten und drehen Sie den Mikrofonarm nach unten, um die Stummschaltung aufzuheben.